sonntags video vom basenhof schaut mal lindenknospen in hülle und fülle und wir waren schon eifrig am knabbern und du darfst dir sicher auch noch welche mitnehmen und ernten lindenknospen schmecken wunderbar für ein gemopräparat sind die hier schon zu groß aber zum knabbern sind sie ganz lecker und wunderbar wenn du ein gemopräparat machen wolltest dann müsste sie so sein wie diese hier ganz klein gerade im aufwachen aber zum essen zum festen da können es auch die anderen sein und ihr den schönen lindenknospen einen gruß vom basenhof mit blick über unsere hügel einen gesegneten sonntag und alles liebe eure wilde kräuterfee christine